Das ist einfach nicht in Ordnung. Dabei seid ihr nur Bäume. Nur Bäume, nichts weiter. Das meinte ich eben so ernst, ich musste tatsächlich weiter labern, obwohl der Baum gewachsen war. So ernst meinte ich das eben. Jetzt werde ich dir einen einzigen Block klauen und dich da physikalisch falsch in der Luft hängen lassen. Einfach weil ich so mies sein kann. Jetzt werde ich ganz in Ruhe einen Crook bauen, diesmal richtig rum. Und dir deine anderen Blätter abschlagen. Und weil du ein Baum bist, kannst du überhaupt nichts dagegen tun. Solange wie nicht irgendwer kommt und sich nackt an dich selbst fesselt und dagegen protestiert, dass du abgeholzt wirst, wirst du abgeholzt. Da muss schon wirklich jetzt irgendjemand nackt angerannt kommen und sich selber an dich binden. Und solange wie das nicht passiert, solange wie das nicht passiert, werde ich dich abholzen. Und du kannst nichts dagegen tun. Und selbst wenn jemand kommt und sich nackt an dich kettet, dann tut er etwas dagegen. Aber du kannst nichts dagegen tun. Und solange wie das nicht passiert, nehme ich diesen Wurm und schlag dich damit in Stücke. So. Wie schmeckt das? Schmeckt das? Mal ein Happen Realität von Pesti. Eine bittere Pille, die du da schlucken musst, nicht wahr? So. Bam. Noch mehr Dirt. Aber ich werde mich hüten, jetzt die Plattform auszubauen, weil wir da hinten eine Monsterplattform brauchen. Und ich muss mich doch sehr wundern, warum hier noch nichts gespawnt ist. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, warum hier noch nichts gespawnt ist. So und so und so und so. So. Okay. Noch nicht sonderlich dunkel da drin. Wahrscheinlich werde ich wieder vorher so einen kleinen Labyrinthgang bauen müssen, damit... Äh... Damit... Damit es da immer dunkel ist. Also damit es da auch dunkel ist, wenn... Also so, dass kein Licht reinscheinen kann. Mein Gott, kann ja nicht so schwer sein. Ah, hoffentlich ist das weit genug weg. Ich hasse es, wenn irgendwas nicht weit genug weg ist. Da sind mir dann auch irgendwann diese arroganten Bäume egal. Weil wenn so eine Monsterplattform einfach zu weit weg ist, dann kriege ich einen Hals. Also nicht weit genug weg ist, meine ich. Es ist 21 Uhr. Ich finde, jetzt könnte mal langsam ein Monster spawnen. Nicht wahr? In welchem Abstand zum Spawnen muss denn ein Monster sich mindestens befinden, um überhaupt spawnen zu können? Scheiße, Mann. Wahrscheinlich bin ich viel zu nah dran. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Ich weiß nicht... Der normale Skyblock hatte ja auch Challenges. Man musste... Also das war, glaube ich, nur in diesem eigentlichen Thema. Also in diesem Mod-Thema von dem Typen, der Skyblock erfunden hat. Der diese Map gebaut hat. Ähm... Da waren, glaube ich, Challenges drin. So, dass man von mir aus ein Block Wolle von jeder Farbe bekommen soll. Was auch möglich ist. Was dann zwar sehr schwer ist in einem ungemordeten Skyblock, aber was durchaus möglich ist. Und da waren so eine Challenges. Und ich bin der Meinung auch, baue eine Monsterplattform irgendwie 24 Blöcke vom Spawn entfernt oder so. Man musste wirklich so weit weg sein. Also, also man, man ist so weit weggegangen. Mindestens. Man wollte so weit weg sein. Wahrscheinlich einfach, weil da sonst keine Monster spawnen. Verdammt, ey. Das ist, das ist nicht... Das ist nicht dunkel genug. Nein, nicht, nicht, nicht dunkel genug, sondern es ist einfach nicht weit genug vom Spawn entfernt. Ich meine, das ist der Spawn. Wir sind jetzt hier. Ach Mist, keine Map. Oh, da, ein Skelett. Großartig, genau das will ich. Genau ein Skelett brauche ich. Okay, es spawnt jetzt oben auf dem Dach, was natürlich sehr ungünstig ist. Und dagegen werde ich auch noch bald etwas unternehmen. Aber, es hat uns zumindest gezeigt, dass der, dass die Monsterplattform zu funktionieren scheint. Wir haben drei Bone Meal. Bam, bam, bam. Du undankbares Drecksstück. So, gut. Dann bleibe ich halt erneut hier stehen und werde wieder warten. Und diesmal kann ich mich eigentlich nicht mehr über die Bäume aufregen. Die Bäume trifft eigentlich gar keine Schuld. Es ist einfach dieses minderwertige Bone Meal. Das macht mich einfach fertig. Weil so ein Skelett läuft auch rum und denkt, er wäre der King. Und dann schlage ich ihm seine Knochen ab und pulverisiere da sie zu Knochenmehl mit meinen bloßen Händen. Ich brauche nicht mal irgendeine Maschine dazu. Ich zerbrösel die Knochen eines Skelettes in meinen Händen. Mit meinen rohen Händen. Nein, Enderman. Mit denen zerbrösel ich seine Knochen. Und dann ist das Knochenmehl so minderwertig, weil die Knochen so schlecht sind, dass ich damit nicht mal einen Baum zum Wachsen bekomme. Das ist doch armselig. So, ich werde jetzt mit diesem Wooden Sword den Enderman da hinten töten. Ob das eine gute Idee ist, das bezweifle ich doch. Sind es zwei? Nein? Nein. Bäm, nimm das. Na, wie schmeckt das? Ah, Gott. Oh, scheiße. Ich wollte gerade eben sagen, das war eine richtig schlechte Idee und ich hätte es nicht tun sollen. Aber ich hatte trotzdem gedacht, dass ich es schaffe. Hui, das hat aber lange gedauert. So, da hat es eben weggepufft. Ich weiß nicht, warum es da eben gepufft hat. Aber bäm, tot. Scheiße, ich habe nicht mal eine Enderpol bekommen. Das ist natürlich doppelt tragisch. Oh. Ich sehe gerade. Oh, das ist natürlich sehr cool. Man stellt seinen Hunger nicht wieder her, wenn man stirbt. Das ist eine sehr coole Sache. Also absichtlich umbringen bringt überhaupt nichts. Man hat nichts davon, sich absichtlich umzubringen, weil man seinen Hunger nicht wiederherstellt. Das ist eine sehr coole Sache. Ich meine, selbst wenn man jetzt gar keine Hungerfüllung mehr hat, also wenn man 0 Schenkel hat, dann wird ja zumindest auf Normal, auf dem wir jetzt gerade spielen, die Energie nur auf 5 Punkte reduziert. Wenn man dann stirbt, wenn man dann stirbt, also von einem Monster getötet wird oder so und wieder respawn, spawnt man zwar mit voller Energie, gehe ich jetzt mal davon aus. Nicht, dass das auch gespeichert wird. Aber dafür hat man immer noch keinen vollen Hunger. Das heißt, man verliert sofort wieder Energie bis auf 5 Punkte. Das ist eine sehr coole Sache und das gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Sehr schön. Sogar 2 Skelette, die mich jetzt natürlich locker von der Brücke hätten runterschießen können, was ich hoffen werde, was nie passiert. So, großartig. Und es ist gerade mal 2 Uhr morgens. Vielleicht passiert ja jetzt noch mehr. So, wir haben 6 Bone Meal. So, jetzt wachse. Wunderbar. Und jetzt möchte ich, dass der auch wächst. Ah, verdammt. Na schön, dann halt nicht. Aber wenigstens etwas. Wie wenigstens etwas. Ich meine, selbst wenn der Baum nicht gewachsen ist, hat man ja trotzdem einen gewissen Effekt auf das Wachstum des Baumes ausgewirkt. Ich meine, ein Bone Meal, was den Baum nicht zum Wachsen gebracht hat, hat ja trotzdem sein zukünftiges Wachstum irgendwie beschleunigt. Ich meine, es wird dann schneller gehen. Also, kein Bone Meal ist verschwendet. Selbst dann nicht, wenn es nicht gewachsen ist. Ja, jedes Bone Meal ist wichtig für den Fortschritt der Welt. Ja, kann man einfach so festhalten. Egal wie minderwertig das Bone Meal ist und egal wie arrogant der Baum ist, es hatte trotzdem einen Nutzen. Und früher oder später kann der Baum gar nicht anders als zu wachsen. Der spürt richtig, wie in ihm drin die ganzen Zweige versuchen nach draußen zu drücken und so. Und der kann einfach nichts dagegen tun. Er kann sich nicht wehren. Er muss früher oder später wachsen. Er kann einfach nicht anders. Wir haben hier kurz die Tür zumachen. So. Und dann haben wir hier noch einmal 16 Barlöcke. Ja. Und ich werde hier kurz die Monsterplattform schließen. So. Und jetzt haben wir hier gar keine Roten Kreuze. Also wir müssen tatsächlich hier ein kleines Labyrinth bauen. so um die Ecke gehen, damit es da dunkel genug ist, damit Monsters spawnen können. So. Dann bauen wir mal so. Und so. Ich habe einen genauen Plan. Das mag jetzt vielleicht nicht so aussehen, aber ich habe einen Plan. So. Wunderbar. Weil dann überdachen wir das hier. Dann haben wir hier noch eine kleine Tür. Habe ich erstmal zwei Türen zur Sicherheit. Und dadurch wird hier durch die Tür kein Licht mehr einfallen können. Denn eigentlich ist es ein geschlossener Bereich. Es müsste rote Kreuze haben, aber es hat gelbe Kreuze. Das heißt, am Tag ist es hell genug, dass keine Monster spawnen werden. Wenn wir aber da so ein Labyrinth vormachen, noch so ein Knick davor, dann kann da kein Licht mehr einfallen. Und dann ist alles rot. Und dann können da auch in der Nacht, äh, auch am Tag Monster spawnen. Und wir werden jetzt erst einmal hier noch ein bisschen herumrennen. Solange wie wir können. Oh, Regen! Hm, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Ich bin mir immer nicht sicher, ob Bäume besser wachsen, wenn es regnet. Aber das ist jetzt natürlich dieser Aberglaube, ne? Ich habe jetzt einfach so den Eindruck, dass das so ist. Und es wäre natürlich auch schön, wenn das so wäre. Wir bilden uns das jetzt einfach mal ein. So. Unser Oak Barrel dürfte sich auch mit Wasser füllen. Jawohl, das tut es. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das gut oder doof finden soll. Aber es passiert halt, ne? Da kann man jetzt nicht wirklich was dran ändern. Also das Oak Barrel füllt sich mit Wasser. Das heißt, wir können erst einmal kein weiteres Dirt herstellen, bis wir das Wasser aus dem Oak Barrel rausbekommen haben. Ich möchte das aber ungerne löschen, weil Wasser wichtig ist. Eigentlich würde ich sogar ganz gerne ein weiteres Oak Barrel mit Wasser füllen, damit wir unsere unendliche Wasserquelle herstellen können, sobald wir einen Eimer haben. Genau, genau das werde ich tun. Ich werde jetzt noch ein zweites Oak Barrel bauen, damit wir eine Sicherheit haben und wir erst einmal zwei Wasser haben. Denn das ist wirklich sehr wichtig. Wenn es jetzt gar nicht mehr regnen würde, wenn ich jetzt Pech hätte, dann haben wir vielleicht nur einen Block Wasser und das wäre natürlich nicht so gut. Okay, also. Ne, Slabs brauche ich nicht. Haha. Wir haben ja da drüben noch Slabs. Ich hatte mich schon gefragt, wo die hin sind, aber die sind hier. Wir haben ja hier noch Slabs. Die bauen wir ab. Und zack. Damit können wir jetzt noch ein Oak Barrel herstellen. Wunderbar. Ja, dann haben wir zwei Barrels gefüllt mit Wasser. Und ein weiteres werde ich auf Vorrat bauen, um daraus dann wieder Dirt herstellen zu können. Das werde ich aber erst platzieren, wenn es aufgehört hat zu regnen, sonst wird sich das ja auch mit Regen füllen. So, Oak Barrel. Und jetzt haben wir tatsächlich nur noch sechs Blöcke. Nur noch sechs Blöcke, um das hier weiterzubauen. So, das wird natürlich vorne und hinten nicht reichen. Hätte nur für eine Tür gereicht. Ähm, so. Ach, das ist jetzt natürlich Quatsch. So. Weil dann fällt das Licht hier ein, aber ab hier ist es schon stockdunkel. Und dann können da immer Monster spawnen. Das wäre natürlich eine schöne Sache. So und, äh, so. Okay, jetzt dürfte es eigentlich schon dunkler geworden sein, aber es ist immer noch nur gelb. Vorteil, den wir jetzt aber haben, es regnet. Und im Regen können Monster spawnen wie in der Nacht. Das heißt, die gelben Kreuze reichen in der aktuellen Situation aus, um Monster spawnen zu lassen. Das ist eine schöne Sache. Und jetzt rennen wir hier wieder mal im Kreis. Hurra! Langsam kann ich ein bisschen im Glück baden. Vielleicht ist es auch nur Wasser oder Regen, aber trotzdem freut mich das doch jetzt sehr. Sehr schöne Sache, dass das jetzt besser funktioniert. Gut, weil das Holz von diesem Baum können wir jetzt komplett, und zwar zu 100% darauf anwenden, um die Monster-Plattform fertig zu bauen. Oh, da ist sogar was drin. Da ist ein Creeper drin. Naja gut, es ist jetzt nicht wirklich das, was ich haben will, aber es ist immerhin etwas. Und außerdem ist es schon wieder 9 Uhr abends. Also wir haben nicht nur Glück mit dem Regen, dass jetzt was spawnen kann, sondern generell mit der Uhrzeit. Das ist eine sehr, sehr feine Sache. Gut, ich könnte jetzt natürlich noch einen kleinen Unterbau bauen für die Oak Barrels, damit die von dem Regen nicht aufgefüllt werden. Das geht durchaus, braucht man einfach nur einen Block drüber setzen, dann werden die nicht aufgefüllt. Aber das wäre halt ein Block, den ich jetzt dafür verschwenden müsste, und das will ich irgendwie nicht. Ich möchte keinen Block dafür verschwenden, da haben wir doch Slabs. So. Wir haben doch Slabs. Gib mir doch einfach mal diese drei Slabs. So. Das macht mir gerade richtig Spaß, weil ich... Oh Gott, na gut. Weil ich kein... Weil ich... Es macht mir wirklich Spaß, weil ich eben kein... Ähm... Questbook habe. Meine Questbook macht eine Zeit lang Spaß, aber ich fand es dann doch ein bisschen... Ein bisschen nervig, weil es mir einfach alles vorgegeben hat. Okay, das hat nicht funktioniert. Es hat mir... Oh Gott, jetzt habe ich ihn verloren. Ah! Oh, meine Fresse. Okay. Oh, was war das? Ein Zombie-Brain von Formcraft. Oh, neue Textur, sehr schön. Ich hatte eben übrigens noch gesehen, der hat etwas fallen lassen. Und zwar ein Loot-Bag. Das ist so ein kleines weißes Beutelchen. Können Monster droppen. Und ähm... Da kann zufälliger Loot drin sein. Also Loot, den man auch aus Dungeon-Chests bekommen würde. Das kann in einer Konfiguration konfiguriert werden. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Und eigentlich bin ich sehr erpicht darauf. So. Jetzt haben wir hier einen kleinen Überstand... Überschlupf... Schlupfstand gebaut. Und das finde ich sehr cool. So. Und da können wir gleich noch mehr Dirt herstellen. Cool. Dirt haben wir jetzt sowieso noch einen übrig. Und wir haben ziemlich viel Holz. Das heißt, wird jetzt hier erst einmal ausgebaut. So. Und äh... Dann müssen wir hier noch die Wand langziehen. Und da noch die Decke, damit es schön dunkel ist. Und da noch eine Wand. Und da noch eine Wand. So. Und jetzt gucken wir mal. Der Bereich hier ist gelb. Und da hinten sind rote Blöcke. Es ist nicht alles rot. Vielleicht reicht die, äh... Windung dafür noch nicht. Deshalb würde ich eigentlich ganz gerne hier noch eine Windung einbauen. So. Ich möchte so viele Windungen einbauen, bis es da vorne rot wird. So. Bis es wirklich überall rot ist. Gut. Jetzt ist nur noch bei der Tür gelb. Wunderbar. Wir haben einen schönen roten Bereich. Jetzt können hier zwar auch Monster spawnen. Aber... Das ist halt etwas, womit ich jetzt erst einmal klarkommen muss. Es ist natürlich gelb. Da können auch in der Nacht Monster spawnen. Aber es ist eigentlich nicht so wahrscheinlich. Es kann natürlich passieren. Aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht passieren wird. So. Rüch noch einen Apfel, damit wir ein bisschen Gesundheit regenerieren können. Und dann werden wir da mal uns ein bisschen ins Schlachtgetümmel stürzen. So. 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 Vielen Dank.